Natürlich geht das nicht, oder? Man kann keine Kassetten und Platten aufs Nadel tun oder auf den MP3. Aber verzagt nicht, denn ich kann eure alten Lieder auf Kassetten oder Platten zu MP3 umwandeln und euch direkt schicken oder auf die CD brennen und dann habt ihr eure alten Lieblinge wieder als MP3. Dann könnt ihr das ohne Probleme aufs Nadel tun oder auf euren MP3-Playern. Nomen schreiben, Facebook-Gruppe Gianluigi GLS Produktion, Link dementsprechend unten bei dem Video und eure alten Lieblinge werden geredet. Peace!